Ja, hallo, mein Name ist Hedlef Hoffmann, ich bin der sport- und bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, bin seit 15 Jahren hier im Gemeinderat. Ich fand es unheimlich interessant, ich hatte zwei ganz diskussionsfreudige Runden, denke ich mal, wo es um zwei völlig unterschiedliche Themen ging. Das eine mal ging um den Bolzplatz in Oberreuth, wo man meiner Ansicht nach auch relativ kurzfristig Abhilfe schaffen kann. Und das andere ist das Megathema zurzeit schlechthin, natürlich Fridays for Future. Wo ich einfach denke, dass die Jugendlichen hier auf einem richtigen Weg sind und deswegen muss man auch gucken, dass man sie da entsprechend auch hört.